Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. Für diese Folge von Unter der Lupe habe ich jemanden gesprochen, der sich seit langem für mehr Transparenz im Bundestag einsetzt. Der Dortmunder Abgeordnete Marco Bülow ist einer der schärfsten Kritiker der Lobbygruppen rund um den Bundestag. Von 2002 bis 2018 saß er für die SPD im Bundestag. Seit 2018 ist er allerdings fraktionslos und wechselte dann 2020 zur Partei Die Partei. Mit dieser geht er dann auch ins Rennen für die nächste Bundestagswahl im September. Um mehr Transparenz in die Politik zu bringen, hat er einfach selbst einen Ethikkodex ins Leben gerufen. Und zwar bereits 2013. Was Bülow von dem Lobbyregister und den neu angebrachten Transparenzregeln der Union hält und ob Abgeordnete seiner Meinung nach am besten gar keine Nebeneinkünfte haben sollten, das erfahrt ihr in dieser Folge von Unter der Lupe. Die Folge haben wir übrigens schon Ende April aufgenommen, sodass wir die Versäumnisse zu den Nebeneinkünften von PolitikerInnen wie Annalena Baerbock oder Karl Lauterbach nicht besprechen konnten. Und nicht vergessen, auch für diese Folge findet ihr ein Glossar mit den wichtigsten Fachbegriffen in den Shownotes. Herzlich willkommen, Herr Bülow. Vielen Dank, dass wir Sie in Ihrem Büro besuchen dürfen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Das höchste Gut von PolitikerInnen ist Ihre Glaubwürdigkeit. Warum haben trotzdem so viele Abgeordneten trotz ihrer hohen Diät und also dem Einkommen das Abgeordnete bekommen und der steuerfreien Aufwandspauschale immer noch Nebeneinkünfte? Ja, ich glaube, dass das Selbstverständnis der Politik, die politische Kultur völlig abgerutscht ist. Also ich glaube, die meisten machen sich nicht mehr bewusst, dass die Bevölkerung der Chef, die Chefin ist von uns und nicht der Fraktionsvorsitzende, die Kanzlerin und erst recht keine Konzerne. Aber genau so verhalten sich viele. Viele nehmen das nur noch als Durchlauf, um dann vielleicht in der Wirtschaftskarriere zu machen und nicht mehr stolz zu sein, irgendwie die Bevölkerung zu repräsentieren. Und deswegen spielt die Bevölkerung dann auch kaum noch eine Rolle, weil die spielen nur alle vier Jahre bei der Wahl mal eine Rolle, aber dann auch nur als Masse. Und dazwischen geht es um Parteitaktik. Es geht darum, Lobbyismus zu betreiben, weil man dann sich die Zukunft sichert. Und es geht vielleicht noch darum, sich der nächsten Posten und die nächste Wahl zu sichern. Und das ist schlimm, dass das in den Fokus gerutscht ist. Und das führt dazu, dass es gar nicht bei den Nebeneinkünften darum geht, noch was zu verdienen, sondern es geht vor allen Dingen darum, Wohlgefallen bei bestimmten Gruppen zu haben, sich wichtig zu machen, weil das hat sich eigentlich verkehrt. Also derjenige, der viele Nebeneinkünfte hat, das ist der gefragte Politiker, das ist der wichtige, das ist der aus der ersten Reihe. Und das andere sind die Hinterbänkler. Das sind aber diejenigen, ich mag dieses Wort sowieso nicht, das sind meistens die, die die Kernearbeit betreiben, die wirklich noch Kontakt haben mit der Bevölkerung, die sich um den Wahlkreis kümmern. Also es werden auch so Abgeordnete erster, zweiter Klasse oder vielleicht sogar dritter Klasse generiert. Und damit ist was ins Rutschen gekommen, was komplett von den Volksvertreterinnen abrückt, die wir eigentlich im Grundgesetz verankert haben. Ist das auch der Grund, warum Nebentätigkeiten problematisch sind? Ja, hochproblematisch, weil es geht eben nicht um den Anwalt, der mal noch irgendwie was am Anfang vor allen Dingen so vielleicht noch einen Fall betreibt und noch irgendwo beteiligt ist. Auch darüber kann man diskutieren, weil Abgeordnete ist ein Vollzeitjob und wenn du 60 Stunden machst, dann kannst du eigentlich nebenbei nichts mehr tun. Aber um die geht es nicht, sondern es geht wirklich um die, die gleichzeitig noch in Aufsichtsräten sitzen, die Vorträge gegen Geld vorgeben, obwohl wir ja dafür bezahlt werden, dass wir Vorträge halten, natürlich umsonst. Und das ist egal, ob von der Schule, ob vor irgendeiner Bürgerbewegung oder vom Konzern. Das muss umsonst sein. Dafür sind wir eben bezahlt. Dafür werden wir ja von der Bevölkerung bezahlt. Aber wenn man natürlich diese Einkünfte hat und vor allen Dingen die Aussicht nach der politischen Karriere dann in die Wirtschaft zu wechseln, und zwar natürlich nicht wegen der großen wirtschaftlichen Kompetenz, sondern natürlich nur wegen den Kontakten, dann macht einen das natürlich angreifbar. Und dann will man natürlich auch, das ist doch logisch, die Konzerne machen das doch nicht aus Spaß, sondern die machen das natürlich auch, weil sie was dafür haben wollen. Und das ist ein großes Problem. Verlieren Abgeordnete also durch Nebentätigkeiten ihre Unabhängigkeit? Ihre Unabhängigkeit, ihre Glaubwürdigkeit und auch ihre Fokussierung. Also die Fokussierung darauf, das Beste für die Bevölkerung zu erreichen und nach seinem Gewissen zu handeln. Weil das ist ja eigentlich der höchste Grundsatz, nach unserem Gewissen zu handeln. Natürlich wird man nie für die gesamte Bevölkerung ein Abbild sein, aber man kann ja nach bestem Gewissen und nach bestem Wissen handeln. Und das tut man eben nicht mehr, wenn man gleichzeitig noch anderen verpflichtet ist. Ich halte es zum Beispiel auch für hochproblematisch, hatten wir häufiger den Fall, ich nenne diese Leute ja Lobbitarier, also wenn Abgeordnete, Parlamentarier gleichzeitig schon Versprechen auf einen Job haben oder irgendwo im Aufsichtsrat sind oder schon irgendwo Geld verdienen und gleichzeitig dann aber über politische Dinge, die diese Konzerne betreffen, mit abstimmen, mit die anderen, die Kollegen beeinflussen. Und das führt dazu, und das habe ich jetzt in 19 Jahren im Bundestag erlebt, dass es immer weniger um inhaltliche Argumente geht, um Wissenschaft geht, um das, was die Bevölkerung will, geht, sondern immer mehr darum geht, wer hat die stärkste Lobby im Rücken, wer bestimmt am Ende. Und das ist sozusagen eigentlich der heilige Gral der Politik geworden. Und das hat sich umgekehrt. Es gab es immer, aber so stark, wie das in den letzten zehn Jahren geworden ist, glaube ich, rutscht es richtig ab. Sollten Abgeordnete also gar keine Nebeneinkünfte haben dürfen? Also im Endeffekt wäre ich dafür. Und wenn sie die haben, weil sie eben meinen, sie müssen vielleicht doch in ihren ehemaligen Job zurück, dann sollen sie das auf die Diäten anrechnen lassen. Dann machen sie nämlich nur das, was wirklich sozusagen notwendig ist, wo sie davon überzeugt sind, dass das notwendig ist. Wenn sie keinen Profit davon haben. Es ist ja nicht verboten, noch was zusätzlich zu tun. Also nur mal angenommen, ich habe zwei Bücher geschrieben in den 19 Jahren. Dafür habe ich auch Geld bekommen. Ich habe das zwar zum größten Teil gespendet, aber ich habe trotzdem Geld dafür bekommen. Also erstens habe ich gemerkt, wie schwierig das ist. Ich musste mir das irgendwie an Wochenenden in Abendarbeit irgendwie sozusagen erarbeiten. Aber ich hätte diese Bücher auch geschrieben, wenn ich sozusagen nichts dafür bekommen hätte. Und wenn jemand, es gibt ja auch zum Beispiel Möglichkeiten für Abgeordnete, ich bin ehrenamtlich tätig bei Organisationen. Natürlich muss sowas möglich sein, aber dann darf es eben dafür kein Geld geben. Oder das Geld, was es gibt, wird dann auf die Diät angerechnet. Dann, finde ich, kann man es machen. Sie haben es eben schon kurz angerissen, aber nach dem Abgeordnetengesetz sind berufliche Tätigkeiten neben dem Bundestagsmandat zulässig, solange das Mandat im Mittelpunkt steht. Aber wie kann man bei Top-Verdienern wie beispielsweise Christian Lindner, der neben seinem Mandat noch irgendwie 425.000 Euro mindestens durch vor allem Reden und Vorträge verdient, sicher sein, dass das Mandat noch im Mittelpunkt steht? Es steht nicht im Mittelpunkt. Das ist einfach sicher. Ich habe ja beschrieben, als ich ein Buch geschrieben habe, das war wirklich meine einzige Nebentätigkeit, die irgendwie mal vergütet worden ist, war das für mich superschwer, mein Mandat noch 100 Prozent auszufüllen. Jetzt konnte ich mein Gewissen noch damit beruhigen, weil es ein politisches Buch war, um die Sachen auch zur politischen Arbeit gehört. Weil wenn ich einen Text schreibe für meine Internetseite und so weiter, dann ist es eine politische Arbeit. Aber wenn ich für Konzerne tätig bin, wenn ich in Aufsichtsräten sitze, wenn ich sonst irgendwie Vorträge halt dann vor Konzernen bezahlte, dann gehört es eben nicht direkt zu der politischen Tätigkeit und dann steht es nicht mehr im Mittelpunkt. Und ich fände, das fängt ab einem bestimmten, schon kleineren Beitrag an. Und wenn es dann sogar die Hälfte oder noch mehr der Diäten ausmacht, dann ist es klar, dass es nicht mehr im Mittelpunkt steht. Bislang mussten PolitikerInnen ihre Einkünfte in zehn Stufen melden. Stufe 1 bedeutet dabei, dass sie monatlich oder auch einmalig zwischen 1.000 und 3.500 Euro verdienen. Stufe 5 umfasst dann schon Summen zwischen 30.000 und 50.000 Euro. Und Stufe 10 ist nach oben sogar ganz offen. Ihr merkt schon, das Modell ist ziemlich ungenau. Und je höher die Stufe, umso größer wird auch die Spanne, in der sich die Einnahmen bewegen. Und eben weil oftmals nicht klar ist, wie viel die Abgeordneten neben ihrem Mandat noch dazu verdienen, recherchieren wir das jedes Jahr. Im letzten Jahr haben wir von Abgeordnetenwatch zusammen mit dem Nachrichtenmagazin der Spiegel herausgefunden, dass fast jede oder jeder dritte Bundestagsabgeordnete noch neben ein Künfter hat. Und zwar eine ganze Menge. Zusammengenommen haben die Abgeordneten nebenbei noch mindestens 25,1 Millionen Euro verdient. Und mindestens sage ich deshalb, weil wir immer von der niedrigsten Summe der Stufe ausgehen. Es könnte also auch noch um einiges mehr sein. Besonders viel nebenbei verdienen übrigens Abgeordnete aus FDP und CSU. Abgeordnete der Fraktion Die Grünen verdienen mit Abstand am wenigsten. Wie viele Stunden arbeiten Sie denn im Schnitt die Woche? Also es kommt natürlich darauf an, aber unter 50, 60 Stunden kommt man eigentlich fast nie weg. Und selbst, das kennen die meisten Abgeordnete, wenn man im Urlaub ist, spricht man doch ab und zu mit dem Büro. Guckt man doch ein paar Mails durch. Schickt doch mal das ein oder andere. Also auch da ist man ja nie ganz weg. Genau wie man am Wochenende nie ganz weg ist. Das vermischt sich. Selbst wenn ich irgendwie mal denke, ich habe jetzt mal einen halben freien Tag oder einen freien Tag. Doch mache ich dann zwischendurch was und bin dann abends noch manchmal beschäftigt. Das ist also mehr eigentlich als ein Fulltime-Job. Und da muss man sich bewusst sein. Und es verlangt ja keiner, dass Leute das nicht tun. Kann ich verstehen. Aber dann sollen sie auch wegbleiben. Wenn sie es tun, dann müssen sie darauf sich einlassen. Und das weiß jeder, der kandidiert, der weiß, dass man das nicht nebenbei macht. Das ist was anderes, als zum Beispiel in der Kommune im Rat zu sitzen. Da würde ich sagen, das ist eine Nebentätigkeit, im Rat zu sitzen. Da gibt es auch nur eine Aufwandsentschädigung. Und dann ist es natürlich in Ordnung, einen Job und so zu haben. Aber bist du im Landtag und erst recht im Bundestag, dann ist das eine Vollzeitbeschäftigung. Gerade im Wahlkreis kommen ja wahrscheinlich auch noch viele Veranstaltungen am Wochenende und auch abends dazu. Ja, das kommt auch nochmal hinzu. Ich glaube, dass das auch mal so nicht gesehen wird. Es gibt immer mehr Abgeordnete, die komplett in Berlin leben, die keinen Wahlkreis mehr haben. Die haben vielleicht einen Wahlkreis, sind aber selten da. Ballen dann Termine, wo sie dann ab und zu mal in den Wahlkreis fahren oder im Land rumfahren, was teilweise noch wichtiger ist, um die auf die Landesliste wieder zu kommen. Aber eine richtige Wahlkreisbetreuung findet nicht statt. Die, die das aber machen, und davon gibt es immer noch eine Reihe von Abgeordneten, die haben natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung. Das heißt, man wird feststellen, dass die, die eine gute Wahlkreisarbeit machen, wahrscheinlich fast alle keine Nebentätigkeiten haben, weil sie sich das noch weniger leisten können. Und damit haben wir auch wieder ein Ungleichgewicht zwischen den Abgeordneten. Das Argument, das ja viele Abgeordnete bringen, wenn sie vor allem auch hohe Nebeneinkünfte haben, ist ja, dass sie nicht wissen würden, wie lange sie im Parlament sitzen und deswegen auch nicht komplett aus ihrem Beruf zurücktreten können. Ist da was dran? Ja, da ist was dran. Also natürlich, wie gesagt, muss man sich das genau überlegen. Und die Zeit, die man im Parlament verbringt, es gibt einige, die sehr lange im Parlament sind, aber viele sind auch nur eine oder zwei Perioden drin. Und dann kann ich verstehen, wenn man nicht Beamter ist oder so, kommt man nicht so einfach wieder in den Job zurück. Das heißt, ich kann verstehen, dass man gerade in der ersten Legislatur, die man hat, noch irgendwie einen Kontakt mit seinem alten Job hat. Aber das muss man begrenzen und das muss man dann auf diesen Job begrenzen und nicht auf andere Nebentätigkeiten. Ich glaube, da kann man Lösungen finden, die das berücksichtigen. Aber nochmal, es ist ganz wichtig, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er hier in den Bundestag kommt. Ich habe jetzt wieder einen Bericht gehört, das große Jammern, wie anstrengend der Job doch ist. Ja, wenn man ihn richtig macht, ist er das. Aber wir wissen das doch, wir machen das doch freiwillig. Also es wären ja nicht so gezwungen. Und wenn ich überlege, was ein OP-Pfleger, eine Krankenschwester für einen Job hat, ja, der ist auch schweineanstrengend und die können auch nicht den ganzen Tag jammern. Also ich verstehe dieses Symbol nicht. Vor allen Dingen, wenn dann gesagt wird, wir wollen doch nicht nur Beamte und sonst wem im Bundestag haben, da muss man sich mal angucken, wie der Bundestag zusammengesetzt wird. Ja, da sind viele Beamte, da sind aber zum Beispiel viele Anwälte. Was wir aber nicht haben, ist normale Berufsgruppen. Wir haben eben nicht die Krankenschwester, den OP-Pfleger, die Busfahrerin, die haben wir alle nicht mehr im Bundestag sitzen. Das heißt, da brauchen wir einen Austausch. Und die würden das, glaube ich, machen, auch wenn sie sozusagen natürlich eine Schwierigkeit haben, wieder in ihren Job zu kommen. Aber man kriegt hier eine Vergütung, die hoch ist. Und man hat ja auch eine Altersentschädigung ab einer bestimmten Zeit. Deswegen, glaube ich, gibt es, wenn denn Schutz nur in der ersten Legislaturperiode, weil dann greifen Mechanismen, Übergangsgeld, Altersentschädigung und so weiter, die eine gute Absicherung sind. Und ich sage, jeder, der sonst vielleicht mit einem Mindestlohn auskommt oder ein bisschen mehr als Mindestlohn hat, der würde gerne dieses Risiko eingehen. Problematisch ist ja auch, dass der Großteil der Menschen, die im Bundestag sitzen, auch AkademikerInnen sind. Ja, 84 Prozent. Ich bin selber ja einer, also ich habe nichts dagegen. Das muss es natürlich auch geben. Aber 84 Prozent im Parlament und in der Bevölkerung 18 Prozent. Das ist übrigens die größte Diskrepanz, die wir haben. Und wenn wir sagen, wir spiegeln die Bevölkerung wieder, 100 Prozent wird das nie gehen. Aber ungefähr sollten wir sie widerspiegeln, tun wir das in dem Bereich so gar nicht. Und deswegen verwundert es auch nicht, dass genau diejenigen, die sind, wo die Wahlbeteiligung am geringsten ausfallen. Weil die sagen, es ist doch egal, wen wir da wählen. Für uns sind sie alle nicht da. Und damit haben sie leider ein bisschen recht. Das heißt, wenn man sich anguckt, gerade in Städten, teilweise aber auch auf dem Land, wo die Wahlbeteiligung besonders niedrig ist, dann ist es genau da, wo die AkademikerInnen nicht zu Hause sind, sondern die anderen. Die fühlen sich nicht mehr repräsentiert. Die wissen diese Statistik gar nicht, aber die fühlen das vom Bauch her, dass es so ist. Sie hatten ja eben schon angesprochen, es sitzen zum Beispiel überproportional viele AnwältInnen im Bundestag. Was würde sich denn verändern, wenn solche Berufsgruppen nicht mehr in dieser Fülle im Bundestag sitzen würden? Oder wenn man sagen würde, die dürften eben keine Nebeneinkünfte mehr haben? Oh, da wird sich eine Menge verändern. Aber jetzt werde ich mir wahrscheinlich viele Feinde machen. Und gerade bei AnwältInnen und Anwälten ist das nicht so gut. Aber das ist zum Beispiel auch ein Problem bei der inhaltlichen Diskussion. Weil immer, immer ein Anwalt oder eine Anwältin aufsteht und sagt, das geht nicht, weil das ist schon gar nicht gesetzestauglich und das werden wir niemals durchsetzen und so weiter. Und dann kommen Sie immer mit Paragrafen und Rechtsvorschriften und der Normalparlamentarier hat dann keine Chance mehr, weil es nicht mehr um inhaltliche Debatten geht. Und das macht viele politische Diskussionen kaputt. Es ist manchmal hilfreich, weil man natürlich wissen muss, wie die Gesetzeslage ist. Aber ich finde, dafür müsste es dann die Experte und Experten geben. Das kann man dann prüfen. Aber erst mal muss man politisch äußern dürfen und nicht vorher schon den Kompromiss schließen, was man eigentlich will. Und wenn man da schon die Schere im Kopf hat, und die haben wir, glaube ich, in jeder Fraktion, gerade durch die, auch denke ich, hohe Schwämme von AnwältInnen und Anwälten, wird es nicht einfacher. In Interviews habe ich gelesen, dass Sie häufiger vom schwindenden Vertrauen in die Parteien und die Politik sprechen. Hängt das auch mit dem Lobbyismus zusammen? Ja, es gibt auf jeden Fall, glaube ich, eine starke Wechselwirkung. Also der Schwund der Parteien hätte nicht nur was mit Lobbyismus zu tun, sondern viel mit Bauchgefühl, mit Entwicklung und so weiter und mit den Parteien selbst. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass seit 1998 die Parteien um die Hälfte der Mitglieder geschrumpft sind und zusätzlich gnadenlos überaltert sind, und zwar fast alle Parteien. Das heißt, die Menschen wenden sich ab von Parteien. Auch das Vertrauen in Parteien ist verloren gegangen. Man wird nicht nur kein Mitglied mehr, sondern wenn es Umfragen gibt, keine der vorgegebenen Parteien, dann gibt es immer eine Mehrheit für die Nicht-Partei sozusagen. Und auch bei den Wahlbeteiligungen sieht man das. Gerade in den Kommunen gibt es teilweise Wahlbeteiligungen von 40 Prozent, 30 Prozent. Das ist, obwohl da ja die konkrete Politik gemacht wird. Und es gibt Stadtteile, da geht keiner mehr wählen. Und da merkt man einen rapiden Verlust in die Parteien, was umso dramatischer ist, weil wir eine Parteiendemokratie sind. Bei uns haben die Parteien unglaublich viel Macht. Sie kriegen unglaublich viel Geld durch jede Stimme bei der Bundestagswahl, durch Parteienfinanzierung, durch Sponsoring und eben auch durch Lobbyismus. Und ich glaube, das ist eine Wechselwirkung, dass die Menschen das Vertrauen verlieren, weil sie sehen, oh, guck mal, jetzt mit den Maskenskandalen, die packen sich das Geld noch in die eigene Tasche. Sie nutzen ihr Mandat, selber noch Profit zu machen. Und wir schuften hier, wir haben die ganzen Corona-Maßnahmen, wo wir mit leben müssen. Wir müssen da durch. Und was machen die? Und dieses Gefühl wird so ungut, dass sie sich abwenden. Und sie wenden sich natürlich gar nicht von Politik oder von Demokratie komplett ab, sondern eher von den Parteien und den Politikern. Und das ist eine große Gefahr, wenn wir eine Parteiendemokratie haben. Und was könnte man dagegen tun? Naja, damit anfangen, dass zum Beispiel die Gemeinnützigkeit breiter aufgestellt wird und dass ein Verein auch sich politisch äußern kann. Also ein Verein darf sich ja, wenn er gemeinnützig ist, politisch gar nicht äußern. Ich meine jetzt nicht parteipolitisch, sondern ich meine allgemeinpolitisch. Und diese Gratwanderung, die ist ja nicht zu lösen. Wenn es einen Verein gibt, der sich für soziale Belange einsetzt, also zum Beispiel für Obdachlose einsetzt oder so, dann muss er sich irgendwann auch politisch äußern. Das geht ja gar nicht anders. Und dann hat man immer ein Vehikel, eben die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Und das wird ja leider jetzt auch genutzt. Oder eine Plattform, die anderen die Möglichkeit gibt, Petitionen zu starten, also sich an Politik zu wenden. Ja, natürlich ist die irgendwie auch politisch. Und wenn denen dann die Gemeinnützigkeit entzogen wird, dann ist es fatal. Das heißt, das muss sogar eher gestärkt werden. Die Gemeinnützigkeit muss gestärkt werden. Solche Vereine müssen eher Förderungen bekommen in der Demokratie. Weil da gehen die jungen Menschen am ehesten hin. Und sie müssen nicht madig gemacht werden. Oder wenn ich mir vorstelle, wie Fridays for Future beschimpft worden ist. Da sind ja viele junge Menschen zum ersten Mal wieder auf die Straße gegangen und haben sich organisiert. Und dann wird ja gesagt, ihr haltet euch da raus, überlasst es den Profipolitikern. Nee, die müssen gestützt werden. Denen müssen sogar Möglichkeiten gegeben werden. Und Parteien müssen viel mehr transparent machen. Sie müssen auch begrenzt werden, was Sponsoring angeht, was Parteienfinanzierung angeht. Wenn sie begrenzt werden, dann haben sie auch nicht mehr so ein Gewicht. Und letztendlich glaube ich, wir brauchen einen neuen Typ von Parteien, die offener sind, die transparenter sind, die mehr im Austausch sind mit der Bevölkerung, die wieder mehr das mitbekommen, was die Menschen sagen. Und die sich auch um Einzelbelange von den Menschen kümmern. Also das muss alles möglich sein. Und die müssen trotzdem eine Chance haben, eine Stimme zu kriegen. Aber bei uns mit 5% Hürden, mit nur alles konzentriert sich auf Wahlen. Es gibt keine Volksabstimmungen. Es gibt keine Bürgerinnenräte, die dann was zu sagen haben. Wenn das alles wäre, dann wären die Vereine viel wichtiger. Und dann würde es auch da Sinn machen, sich politisch zu engagieren. Aber so muss man ja in eine Partei gehen, um da irgendwie was zu machen. Und das machen immer weniger. Da haben die meisten keinen Bock mehr drauf. Und dann bleiben die Karrieristen. Und dann bleibt es eben, dass man es als Sprungbrett nutzt, um in die Wirtschaft zu gehen. Und dann haben solche Menschen wie Amthor und Co. kriegen dann einfach Oberwasser. Die würden sonst gar nicht ins Gewicht fallen, weil es eben noch viele andere gibt. Aber die anderen fallen halt weg mit ihren Idealen, weil die in der Politik eigentlich fast immer nur scheitern. Damit sind wir eigentlich wieder direkt beim Thema. Gibt es Berufsfelder, in denen Interessenkonflikte tatsächlich auch vermehrt auftreten? Ja, natürlich. Wenn du selbst aus einer Wirtschaft kommst oder mit dir irgendwie verbandelt bist, das ging ja auch als Mitarbeiter oder als Mitarbeiterin natürlich, dann kann es natürlich zu Konflikten führen, wenn du im Bundestag bist. Weil natürlich, vielleicht willst du wieder zurück und natürlich hast du dann eine Vorprägung. Das würde nicht so stark ins Gewicht fallen, wenn die Mischung besser wäre. Aber trotzdem muss man natürlich gucken, was gibt es da? Und deswegen fängt es an bei Aktien, Optionen, bei Beteiligungen und bei Aufsichtsräten und so. Da ist es halt schwierig. Wenn du da schon vernetzt und vorhanden bist, dann finde ich, geht ein Mandat eben nicht. Oder du musst es eben aufgeben in der Zeit, wo du als Abgeordneter da sitzt. Das ist eine Sonderstellung, Abgeordneter zu sein. Und da sollte man nicht nur Herzblut reinstecken, sondern da sollte man sich der Verantwortung bewusst sein. Und man sollte immer sich auch bewusst sein, wer bezahlt einen eigentlich? Und ich glaube, das geht irgendwie so komplett verloren. Sorgen denn ausreichend hohe Diäten dafür, dass der Einfluss von LobbyistInnen auf Geldgeber aus der Wirtschaft klein bleibt? Naja, sagen wir mal so. Ich sage, die Diäten sind hoch genug. Natürlich kann man immer streiten, ob sie nicht vielleicht sogar schon zu hoch sind. Es war schon immer ein Problem, dass die Bundestagsabgeordneten selbst bestimmen, wie hoch sie sind. Ich glaube gar nicht, dass alle Abgeordneten jetzt unbedingt mehr verdienen wollen, sondern manchen ist es einfach auch sehr unangenehm, selbst darüber zu bestimmen. Deswegen müsste da eigentlich ein unabhängiges Gremium, wir müssen es leider am Ende, beschließen. Aber das wäre zum Beispiel was, wo eine Bürgerinnenversammlung Regeln schaffen könnte, der man sich dann einfach anschließt. Also wenn die normale Bevölkerung sich trifft und sagt, okay, das ist angemessen und das ist nicht angemessen, dann glaube ich, wäre das so ein Maßstab. Ich glaube nämlich gar nicht, dass die Bevölkerung sagt, ihr dürft nichts verdienen oder ihr dürft nur ein bisschen verdienen. Die meisten werden sagen, nee, bezahlt die anständig. Aber die Höhe am Ende ist schwierig. Die Nebeneinkünfte sind das Problem, die Altersentschädigungen halte ich für zu hoch und problematisch und das Verständnis, weil ein paar Politiker würden trotzdem gerne mehr verdienen und werden das natürlich dann irgendwie nutzen. Und egal wie hoch man es setzt, man wird es nicht verhindern, dass es diese anderen Geschäfte gibt. Also um es einmal gesagt zu haben, die monatliche Diät liegt zurzeit bei 10.083,47 Euro. Laut Artikel 38 im Grundgesetz sind Abgeordnete nur ihrem Gewissen unterworfen. Schaut man sich aber die Nebentätigkeiten vieler ParlamentarierInnen an, stellt man ziemlich schnell fest, dass eine klare Vermischung von Abgeordnetenmandat und privaten wirtschaftlichen Belangen besteht. Um mehr Transparenz in das System zu bringen, hat Marco Bülow 2013 zusammen mit dem mittlerweile ausgeschiedenen Finanzpolitiker Gerhard Schick von den Grünen einen überparteilichen Verhaltenskodex für Abgeordnete ins Leben gerufen. Abgeordnete können eine sogenannte freiwillige Selbstverpflichtung unterzeichnen und sprechen sich damit für mehr Transparenz aus. Sie machen Dienstreisen, Lobbytermine, Geldspenden ab 1000 Euro, die Namen der SpenderInnen und auch den eigenen Steuerbescheid öffentlich. Und vor allem, sie versprechen für mindestens drei Jahre, nachdem sie ihr Mandat niedergelegt haben, keinen Job anzunehmen, der zu einem großen Teil aus Lobbyarbeit besteht. Auch Abgeordnetenwatch.de setzt sich seit Jahren für eine Verschärfung der Verhaltensregeln ein. Schaut euch doch gern mal unsere Forderungen für mehr Transparenz an. Ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Shownotes. Mit ihrem Verhaltenskodex greifen sie einem Lobbyregister quasi vorweg. Unterzeichnet haben den Kodex allerdings nur 40 von 709 Abgeordneten. Warum glauben Sie, sind das nur so wenige? Es hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe, warum es so wenige sind. Aber hauptsächlich, ich habe dann mit Gerd Schick, dem damaligen grünen finanzpolitischen Sprecher, der heute praktisch schon eine NGO gegründet hat, um Finanzen auf die Spur zu gehen, was ja wirklich ein drängendes Problem ist. Und wir haben wirklich unterschätzt, dass auch viele das abgelehnt haben, die grundsätzlich zumindest so tun, als würden sie diesen Kodex richtig finden, aber meinen, dass die Regeln, die es gibt, trotzdem ausreichend sind oder dass halt jeder für sich selbst entscheiden muss, wie es ist. Oder die Fraktion ja irgendwie gute Pläne vorgibt. Aber genau so ist es eben nicht. Weil am Ende, das ist das große Problem im Bundestag, sind nicht die Einzelfälle, die wir jetzt haben. Das Problem ist, dass eigentlich jeder Abgeordnete machen kann, was er will. Dass es fast keine Regeln gibt, außer man kann uns nachweisen, dass wir unser Mandat missbraucht haben. Dazu brauchst du aber fast immer was schriftlich. Alles, was irgendwie mündlich hinter den Kulissen vereinbart worden ist, dann nützt auch kein Lobbyregister. Irgendwas hinter verschlossenen Türen, was so verhackstückelt wurde, wird nicht rauskommen in der Regel. Und das heißt, ich kann machen, was ich will. Das heißt, wir brauchen Regeln. Und wir haben gedacht, okay, wenn es die Regeln nicht gibt, besser wäre natürlich, das müsste gesetzlich verankert werden. Das wäre auch immer noch mein Ziel. Aber solange es gesetzlich nicht verankert ist, geben wir uns einen eigenen Kodex. Und das ist für viele fremd, weil sie genau in diesen Parlamentarismus reinwachsen, dass wir selbst unsere Regeln machen. Und dass, wenn überhaupt die Fraktionsspitze uns sagt, was wir zu machen haben. Und das ist falsch. Nicht die Fraktionsspitze ist der Arbeitgeber. Nochmal, es ist die Bevölkerung. Und die hat ein Recht darauf, klare Verhaltensregeln von uns einzufordern. Jeder Betrieb hat das. Alle Beamten, Beamtinnen haben das. Klare Regeln. Wir haben die nicht. Das heißt, und wenn wir die nicht durchsetzen, müssen wir uns die selbst geben. Aber da ist die Scheu von vielen groß. Und das muss sich ändern. Hat sich jetzt ein bisschen geändert durch die Debatten. Aber ich befürchte immer nur, wenn es ein paar Skandale gibt, ändert sich das so in der Öffentlichkeit. Weil sie eigentlich ein schlechtes Gewissen haben. Aber sobald die öffentliche Diskussion nicht mehr da ist, ist das Gewissen auch nicht mehr so schlecht. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angerissen. Es gab in der letzten Zeit mit Augustus Intelligence, Wirecard und auch der Maskenaffäre ja wirklich einige Skandale, die vor allem die Union unter Druck gesetzt hat. Und schärfere Transparenzregeln im Bereich des Lobbyismus in Angriff zu nehmen. Macht sich denn das bei der Zahl Ihrer Unterzeichner irgendwie bemerkbar? Naja, wir haben nach der Diskussion von Amthor den ersten Unionsabgeordneten gehabt, der das unterzeichnet hat. Ich habe sehr, sehr lange dafür geworben, dass es bei der Union auch jemanden gibt. Das ist doch schon mal wahr. Es ist immer wieder gescheitert und es ist der erste Ansatz. Und ich habe die Hoffnung, dass es jetzt mehr werden, auch im Wahlkampf, von denen, die kandidieren, die noch nicht in diesem Mechanismus drin sind. Und die sagen, nee, ich mache das, wenn ich kandidiere. Und ich mache das dann auch, wenn ich gewählt werde. Also das wäre natürlich wichtig, das zu tun. Es gibt von Plattform Pro die Initiative, die haben diesen Kodex, den wir entwickelt haben, weiterentwickelt. Die haben den auch auf Parteien nochmal übertragen. Die haben jetzt alle Parteien angeschrieben. Da gibt es schon so einige Rückmeldungen. Und ich hoffe, dass das dann doch so viel Schule macht und so rumgeht, dass man sich dann nicht mehr entziehen kann. Und dass es immer mehr aus verschiedenen Parteien immer mehr gibt, die unabhängig von dem, was ihre Parteien vorgeben, sagen, es steht im Grundgesetz, ich muss meinem Gewissen verantwortlich sein. Also mein Gewissen sagt mir, das ist jetzt wichtig, diese Regeln einzuhalten, dass das dann noch kommen wird. Mal sehen. Ich denke, dass jetzt mit dem, was passiert ist in letzter Zeit in der Öffentlichkeit, der Anstoß nochmal da ist. Glauben Sie denn, dass Transparenz Korruption und auch Vetternwirtschaft beseitigen kann? Nein. Ein Lobbyregister schafft mehr Transparenz. Das ist wichtig, das ist notwendig. Da kämpfe ich seit 15 Jahren. Also seit 15 Jahren sage ich, wir brauchen Lobbyregister. In einem meiner Bücher, das vor über zehn Jahren erschienen ist, war das ein wichtiger Punkt. Aber auch da habe ich schon gesagt, es schafft Transparenz. Aber das schützt natürlich nicht vor Korruption. Das schützt auch nicht vor den Grauzonen. Das schafft ein bisschen mehr Klarheit. Die Bevölkerung kann ein bisschen mehr einschätzen. Ah, der Abgeordnete hat die und die Nebentätigkeit. Beim Lobbyregister sieht man dann auch, die und die Lobbyisten haben Zugang. Man ist vielleicht noch erstaunt, dass es doch mehr sind, als man denkt. Aber die eigentlichen Geschäfte, die nicht in Ordnung sind, die werden damit nicht sichtbar. Weil es sind ja nur bestimmte Regeln, die man einhalten muss. Aber was ich jetzt hier im geschlossenen Raum bespreche oder dann halt irgendwo in der Kneipe, wenn die wieder offen hat, interessiert oder kommt ja in so einem Register nicht oder in der Transparenz nicht durch. Das heißt, am Ende sind es natürlich die Regeln mit harten Strafen, die vielleicht ein bisschen davor schützen. Aber am Ende ist es die Kultur und der Anstand, der uns nur schützen kann. Und dazu müssen wir, glaube ich, auch und dazu muss auch die Bevölkerung bereit sein, hinzugucken und vielleicht auch die zu wählen, die von vornherein sagen, so und so werde ich mich verhalten. Das ist immer noch keine Gewähr, aber damit hat man die größten Chancen. Und wer schon 17 Nebeneinkünfte hat, den sollte man vielleicht nicht aufstellen. Den sollte man vielleicht im Wahlkreis nicht wählen. Weil bis jetzt, muss man sagen, spielt sowas bei der Aufstellung meiner Wahl nämlich gar keine Rolle. Und das muss sich ändern. Sondern ich bin sogar eher beschimpft worden, auch in der eigenen Partei, wie ich denn solche Regeln aufstellen kann. Ich würde doch die anderen Kolleginnen und Kollegen unter Druck setzen. Das heißt, ich bin der Nestbeschmutzer und musste sozusagen mich rechtfertigen dafür, dass ich Regeln einhalte, dass ich transparent bin. Und das muss umgekehrt werden. Sie haben ja sogar Spenden aus der Wirtschaft abgelehnt aus diesem Grund. Ja, weil natürlich habe auch ich die Angebote bekommen. Dann vielleicht manchmal von der anderen Seite, in Anführungsstrichen. Also bei den Energieunternehmen gibt es ja auch bei den Erneuerbaren natürlich Unternehmen. Und ich finde auch, das ist dann nicht in Ordnung. Also wenn man von der Kohlelobby nichts nimmt, dann darf man auch von der Windkraftlobby nichts nehmen. Auch wenn die natürlich bei Weitem nicht so ausgestattet ist wie die andere Seite. Aber dann muss es natürlich für alle Konzerne, für alle Firmen, für alle Richtungen gelten. Dass Lobbyisten Möglichkeiten haben, Geld zu geben, dann muss man das für alle ausscheiden. Deswegen habe ich das sehr stark reglementiert. Und es muss also transparent sein und Firmenspenden gehen gar nicht und auch private Spenden müssen deklariert werden. Ansonsten, und finde ich, auch limitiert werden. Wenn einer einem 100 Euro spendet, finde ich, dann ist klar, da komprimentiert man sich nicht. Aber alles darüber hinaus wird dann irgendwann problematisch. Nach den Skandalen um Wirecard und die Maskenaffäre kam die Union um strengere Transparenzmaßnahmen quasi nicht herum. Also wurde im März ein Lobbyregister verabschiedet. Wir von Abgeordnetenwatch haben uns das Gesetz mal angesehen und als ziemlich mangelhaft befunden. Wirklich Licht ins Dunkel bringt das Register nämlich nicht. Statt den legislativen Fußabdruck vollständig aufzuzeigen, also öffentlich zu machen, an welchen Stellen LobbyistInnen sich beim Schreiben von Gesetzen eingemischt haben, werden die Fachreferate weiterhin ausgeklammert. Aber immerhin, zumindest Lobbykontakte zu MinisterInnen und parlamentarischen StaatssekretärInnen wurden in das Gesetz mit aufgenommen. Denn eigentlich sollte die Bundesregierung komplett außen vor bleiben. Geheimer Lobbyismus bleibt also auf der Tagesordnung. Umso überraschender war es, dass sich Union und SPD nur einen Tag nach Verabschiedung des Lobbyregisters auf strengere Verhaltensregeln für Abgeordnete geeinigt haben. Diese sollen dann künftig nicht mehr als LobbyistInnen tätig sein dürfen. Sie dürfen keine Geldspenden oder Honorare für Reden annehmen. Sie müssen ihre Nebeneinkünfte, wenn sie 3000 Euro im Jahr übersteigen, auf Euro und Cent genau angeben und auch Unternehmensbeteiligungen ab 5% offenlegen. Und Abgeordnetenbestechung soll künftig als Verbrechen und nicht wie früher als Vergehen geahmelt werden. Jetzt hat ja Patrick Schnieder, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU, neue Transparenzregeln vorgestellt. Waren Sie denn überrascht von diesem plötzlichen Kurswechsel der Bundesregierung? Ja, sehr, weil letztendlich die Union, vor allem die Union, immer alle Regeln konsequent abgelehnt hat. Und immer mit der Begründung, man würde doch die Politiker damit unter Generalverdacht stellen und man das freie Mandat gefährden. Es geht nicht unter Generalverdacht, es geht darum, dass es Regeln gibt. In jeder Gesellschaft muss es Regeln geben. Ansonsten macht jeder das, was er will und das geht nun mal nicht und das gilt auch für Abgeordnete. Und genau das musste mal irgendwann mal umgekehrt werden. Und das hat die Union immer abgelehnt. Und sie hat erst nach dem Fall Amthor und der Diskussion überhaupt ein Lobbyregister wieder in Erwägung gezogen. Und jetzt mit den ganzen Korruptionsfällen ist sie natürlich so unter Druck geraten und auf einmal handelt man. Aber es ist natürlich durchsichtig, dass man dann handelt, obwohl man es immer abgelehnt hat zu handeln. Das zeigt natürlich, dass es eher ein Wahlkampfmanöver ist, als dass es wirklich verinnerlichtes Bewusstsein ist. Das will ich Einzelne nicht absprechen, aber ich glaube, bis sich das auch in der Union durchsetzt, dass wir das wirklich brauchen, wird noch eine Zeit vergehen. Das sehe ich übrigens auch bei den anderen Parteien nicht, die jetzt so tun, als wenn sie ja schon immer dafür gewesen wären. Durchgesetzt haben sie es bei Koalitionsverhandlungen aber auch nicht. Also kann es ihnen nicht so wichtig gewesen sein. Also erst, wenn alle auch einzeln sagen, wir machen das. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, wenn es allen so wichtig ist, dann lasst uns doch einen Gruppenantrag machen. Weil es ist keine Parteigeschichte. Weil hier geht es wieder um Parteitaktik und um Wahlkampf. Und wenn es wirklich darum geht, saubere Regeln zu machen, warum machen wir da nicht? Es gibt so viele Petitionen gerade. Warum setzen wir uns nicht mit denen zusammen, die diese Petitionen gemacht haben? Und mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann machen wir einen Gruppenantrag über alle Fraktionsgrenzen hinaus, den wir nicht im Wahlkampf nutzen, wo keine Partei Nutzen hat, sondern nur die Bevölkerung. Und machen dann was Vernünftiges, was dann für die nächsten Generationen oder zumindest jetzt erstmal für die nächsten Perioden hält. Das wäre glaubwürdig. Das, was jetzt gemacht wird, ist unglaubwürdig. Also was müsste sich denn Ihrer Meinung nach noch ändern? Und gibt es noch mehr, was man machen kann? Ja, eine Menge. Angefangen natürlich bei Transparenzregeln und dem Lobbyregister. Aber das darf nicht alles sein. Es muss deutlich werden, wie werden die Gesetze gemacht. Also dieser Fußabdruck, von dem immer gesprochen wird. Es muss in jedem Gesetz stehen, wer da mit dran rumgefuhrwerkt hat. Also wer da was eingebracht hat. Es ist ja nichts Verwerfliches, da was einzubringen. Aber es muss deutlich gemacht werden. Aber es muss auch die Einschränkung der Nebeneinkünfte, vielleicht sogar das komplette Verbot von Nebeneinkünften, muss mit rein. Der Übergang in die Wirtschaft, der muss nicht nur geprüft werden, sondern der muss eigentlich verboten werden. Für mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre, damit es irgendwie genau diesen Drehtüreffekt nicht gibt. Es muss klare Regelungen geben, was wir als Abgeordnete dürfen und was nicht. Dazu muss es eine, man nennt das so schön, Compliance-Abteilung in der Wirtschaft. Das können wir aber auch gerne anders nennen. Aber es muss so eine Abteilung auch im Bundestag geben, weil auch Abgeordnete, die neu kommen, natürlich auch unsicher sind. Was darf ich eigentlich, was darf ich nicht? Das heißt, wir müssen auch eine Möglichkeit haben zu fragen. Es muss einen Beauftragten im Bundestag dazu geben. Es muss einen Beauftragten in den Ministerien dazu geben, der die Transparenz prüft. Es muss eine Einschränkung von Lobbyismus geben. Es muss eine Waffengleichheit bei Lobbyismus geben. Es gibt die einen Profitlobbyisten, die sehr viel haben, die sehr viel Einfluss haben, die sehr viel Geld haben, die sehr viele Mitarbeiter haben, sehr viel Zugang haben. Und die anderen haben teilweise nichts. Das sind auch Lobbyisten. Aber wenn eine NGO ihren Campaigner, der zig inhaltliche Sachen machen muss, dann auch noch Lobbyismus machen muss, dann hat der natürlich fast keine Möglichkeiten. Und die haben auch nicht die Möglichkeit, mal eben so ein Büro in Berlin zu eröffnen mit fünf oder zehn Mitarbeitern. Das heißt, die machen das nebenbei. Und da gibt es eine unglaubliche Waffenungleichheit, die muss aufgelöst werden. Also es gibt sehr viele Regeln, die wir eigentlich schaffen müssten. Und das wäre irgendwas, was nicht wir selbst, wir Politiker bestimmen müssen. Ich habe da meine Vorstellung. Aber das müssen eigentlich Leute bestimmen, die nicht im Bundestag sind und die vielleicht auch gar nicht da rein wollen, die aber sagen, das wäre eigentlich das, was angemessen ist. Deswegen glaube ich, da brauchen wir eine Bürgerinversammlung oder einen Bürgerinrat oder wie auch immer man das nennen will. Vorher von mir aus auch Expertinnen und Experten, die was dazu sagen und dann trägt man das zusammen. Aber da brauchen wir klare Regeln. Und das ist mehr als ein bisschen Transparenz. Dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Bülow. Ja, ich danke auch. Das Vertrauen in die Politik ist durch die jüngsten Skandale bei vielen erschüttert. Ob das neu verabschiedete Lobbyregister und die strengeren Transparenzregeln helfen, das System zu reparieren? Marco Bülow scheint sich da nicht allzu sicher zu sein. Und auch wir von Abgeordnetenwatch.de halten das GroKo-Lobbyregister für nicht ausreichend. Nur durch die Recherchen von JournalistInnen sind Skandale wie die Amto-Affäre oder auch Wirecard an die Öffentlichkeit gelangt. Dabei könnte ein gutes Lobbyregister solche Recherchen überflüssig machen. Bis es aber soweit ist, recherchieren wir zu den Themen Lobbyismus, Nebentätigkeiten und Parteispenden weiter. Werft doch gern mal einen Blick in unsere Recherchen oder schaut auf dem Profil eurer Abgeordneten, wie hoch deren Nebeneinkünfte sind, wenn sie denn welche haben. Unsere Seite verlinke ich euch in den Shownotes. Mittlerweile stehen wir kurz vor der Bundestagswahl. Schon bald beginnt die heiße Phase im Wahlkampf. Und damit sind wir in zwei Wochen auch schon bei der letzten Folge unserer kurzen Staffel angelangt. Leider. Aber ihr könnt euch auf eine spannende letzte Folge freuen. Denn mit der SPD-Abgeordneten Aydan Özuz aus Hamburg spreche ich über die Zeit kurz vor dem Wahlkampf. Woher genau eigentlich das Geld stammt, das dafür drauf geht? Und ob es Dinge während des Wahlkampfes oder auch kurz vor der Wahl gibt, die ihr Bauchschmerzen bereiten. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pool Artists. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativ-Redakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In acht Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer heutigen und auch schon letzten Podcast-Folge spreche ich mit der SPD-Abgeordneten Aydan Özos aus Hamburg über diese doch sehr besondere Zeit vor der Bundestagswahl und wie sie diese als Bewerberin erlebt. Aydan Özos ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags und war von 2013 bis 2018 Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Im Gespräch erzählt sie mir, was einen guten Wahlkampf ausmacht, welche Rolle Geld dabei spielt und ob es mit der Zeit einfacher wird, Menschen zu begeistern. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind, Frau Özos. Hallo Frau Andrioli, freue mich sehr. Lässt sich nur mit viel Geld guter Wahlkampf machen? Also ich denke schon, dass mit viel Geld noch mehr gemacht werden kann, aber ich habe beispielsweise immer nur ein sehr begrenztes Budget, verfüge nie über sehr hohe Spenden oder so etwas und stelle fest, dass die eigentlichen Dinge ja sind, wie viele Begegnungen schafft man und ich habe ein sehr großes, junges Team. Das ist ein echtes Glück, muss ich sagen, was unglaublich motiviert immer losgeht und sich viele Dinge einfach ausdenkt und umsetzt. Darauf kommt es mehr an. Viele Engagierte, die mitmachen und auch wirklich überzeugt sind. Das sind dann ehrenamtliche MitarbeiterInnen? Ja, das sind meist natürlich Genossinnen und Genossen bei uns ja, Parteimitglieder. Jusos, also die Jungen bei uns und die haben tolle Projekte sich immer wieder ausgedacht und die Leute auch mal zum Lachen gebracht auf dem Marktplatz mit dem, was sie dann so auf Stühlen und so darstellen. Aber sie erzeugen eine gewisse Aufmerksamkeit und man kommt eher mal ins Gespräch. Es ist sehr positiv. Also es ist einfach nicht immer nur diese Schwere, die es ja doch oft gibt bei politischen Themen, sondern es ist mal ein anderer Zugang, auch zu sagen, hey, schaut doch mal her, man kann direkt jetzt hier darüber sprechen. Es ist mal ein sehr niedrigschwelliger Zugang und das gefällt vielen. Wie hoch ist denn Ihr Budget für die diesjährige Bundestagswahl? Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Darüber verhandeln wir noch mit unserer Landesorganisation. Es ist natürlich weniger. Also man muss ja immer überlegen, also kommt ja auf die Parteigröße an und natürlich auch, welche Wahlen man gewinnt etc. Wir sind in Hamburg noch so ganz gut ausgestattet, glaube ich, gegenüber anderen Landesorganisationen, aber wir verhandeln noch darüber. Also es soll eben reichen für Plakate, auch für große Plakate. Aber dieses Jahr spielen einfach aufgrund der Pandemie tatsächlich Dinge, die kostspielig sind, eine Rolle. Also mache ich Anzeigen, mache ich Werbung, was ja sonst bei mir zumindest nicht ganz so eine große Rolle gespielt hat. Ich habe immer wieder eingeladen und Menschen sind auch immer wieder gekommen. Das geht jetzt halt nicht. Und deswegen müssen wir ausweichen auf Dinge, die tatsächlich auch Geld kosten werden. Was viele, glaube ich, gar nicht wissen, ist, dass Politiker in ihre privaten Ersparnisse mit in ihren Wahlkampf stecken müssen. Wandern bei Ihnen auch von Ihren privaten Ersparnissen Dinge in den Wahlkampf? Also bisher war das immer so. Auf der einen Seite sagen wir uns, es ist selbstverständlich, dass man natürlich auch etwas hineinzahlt. So ist ja klar. Also andere spenden ja, wenn auch kleine Beträge mal. Aber natürlich geben wir selber immer recht viel Geld auch dazu. Also mehrere tausend Euro auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, also auch beim letzten Mal am Ende war immer ein Minus übrig, was man dann auch selber wieder irgendwie schließen muss, weil es schon wichtig ist, ja darauf aufmerksam zu machen. Also tatsächlich gebe ich gerne Anzeigen auf, wenn ich eine Veranstaltung mache, weil ich merke, dann merken es eben auch mehr Leute und können auch eher teilnehmen. Nur über die sozialen Netzwerke zu bewerben reicht für viele nicht. Also gerade für viele Ältere ist das noch nicht immer das Medium. Und deswegen müssen wir auch mal im Wochenblatt annoncieren oder in einer anderen Zeitung. Ja, das kostet halt immer wieder Geld natürlich. Stießt das nicht insgesamt schon Leute aus, die vielleicht in die Politik möchten, aber sich das gar nicht leisten können, gerade wenn man als Einsteiger vielleicht noch nicht so bekannt ist, wie Sie das jetzt sind? Also bei uns ist es so, dass es von Einsteigern nicht so erwartet wird. Und tatsächlich haben wir auch Diskussionen darüber, wenn Menschen kommen, die einfach von Haus aus viel Geld haben, dass wir immer schon so eine Art Regeln aufstellen, wo nicht jeder einfach immer nur sozusagen das machen kann, was er oder sie selber möchte, sondern wo wir uns innerhalb der Landesgruppe auf bestimmte Dinge einigen und darauf achten, dass das möglichst gleich aufgeteilt wird. Also je nach Proportion. Aber dass es eben doch gerecht aufgeteilt wird unter uns und dass dann auch die Landesorganisation eben selber mithilft, auch natürlich unser Willy-Brandt-Haus hier in Berlin ein Stück weit mithilft, dass es eben auch gerecht zugeht. Und da achten wir schon drauf. Es hat immer wieder mal so Leute gegeben, die sagten, ach, ich habe noch viel Geld, da kann ich mal hier und da noch was reintun. Aber die haben nicht immer gewonnen, ihre Wahlen. Das ist auch ganz interessant zu sehen. Definitiv. Wovon ist denn genau abhängig, wie viel Geld Ihnen zum Wahlkampf zur Verfügung steht? Also wie verhandeln Sie da? Also man schaut natürlich, was machen wir überhaupt? Was sind für Dinge möglich? Gerade in diesem Jahr ist das ja schon anders. Wie komme ich überhaupt an die Menschen ran? Also gerade in dem Bereich finde ich es ganz anschaulich, weil es nützt mir ja nichts, sagen wir mal über Facebook oder sonst wie, Werbung zu schalten, wo dann ganz viele Leute aus Bayern oder Nordrhein-Westfalen drauf blicken, sondern ich will ja meinen Wahlkreis gewinnen. Das ist Hamburg-Wandsbek. Und wie erreiche ich eigentlich die Leute? Gibt es da Tools? Was kann ich da ganz genau machen? Was kostet das jeweils? Also das sind ja eher so die Dinge, auf die wir uns dann konzentrieren. Und ja, da muss man, also man muss einfach gucken, was wird was kosten? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Man sucht natürlich immer dann diejenigen, die etwas günstiger sind, aber leisten die eben auch das, so was man dann möchte. Es gibt aber auch pfiffige Unternehmen, muss man sagen, weil zum Beispiel Mailing, also Mailing nicht im Social-Media-Bereich, sondern im Normalen bei den Briefkästen, ist wahnsinnig teuer geworden. Muss man einfach sagen, können wir uns nicht mehr leisten. Also da müsste ich Großspenden bekommen, um das ein, zweimal machen zu können. Also im Moment schaffen wir es selber. Fast jeden Monat haben wir jetzt schon 10.000 Flyer immer wieder verteilt mit Veranstaltungsankündigungen, nur mit Ehrenamtlichen. Aber ganz alleine kann man das natürlich für irgendwie 120.000 Haushalte dann auch nicht schaffen. Ja, es ist ja auch ein großer Wahlkreis. Ja. Haben oder bekommen Sie von Unternehmen oder auch Verbänden denn Geldspenden für den Wahlkampf angeboten? Also bisher nicht, muss ich sagen. Es gibt immer mal Unternehmen, also in meinem Wahlkreis gibt es zum Beispiel ein Unternehmen, das weiß ich nicht, will ich es nicht nennen, aber das hat immer so eine schon mittelgroße Spende angeboten und zwar dann immer gesagt, zum Beispiel für CDU und für euch geben wir das Gleiche. So, das machen wir. Man darf ja nie an eine Person spenden. Also ich dürfte jetzt nie als Aydan Özos irgendeine Direktspende annehmen. Das mache ich selbstverständlich auch nie, aber die können zum Beispiel an meinen Kreis spenden. Die können sagen, ich bin in ihrem Kreis angesiedelt, also in ihrem Wahlkreis, also gebe ich meine Spende an den Kreis. Und dann, klar, das darf man dann auch, also darf natürlich jetzt nicht irgendwie überdimensioniert sein, da achten wir zumindest schon drauf, schon immer. Ich glaube, das Allerhöchste, was ich jemals bekommen habe, waren mal 10.000 Euro. Das war aber auch schon ein Lottogewinn. Das ist nicht schlecht. Bekommen denn bekanntere PolitikerInnen oder wie zum Beispiel Olaf Scholz mehr Geld als solche, die zum ersten Mal sich auf ein Bundestagsmandat bewerben? Ich glaube, das kommt immer wieder darauf an, was man glaubt, was die Person ausfüllen wird. Natürlich ist die Person Olaf Scholz eine spannende, denke ich mal, für viele. Aber auch er kann keine Spende direkt bekommen. Also das ist erst mal klar, das würde natürlich dann auch wieder an die Organisation, also die SPD gehen in diesem Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, also wir wissen es ja auch bei Unternehmerinnen oder Unternehmern, bei gewissen Leuten, die, ja, wo man glaubt, dass die eben ihre Interessen ausfüllen werden, ist dann auch eher die Bereitschaft da zu sagen, für deinen Wahlkampf spende ich etwas, weil du wirst meine Interessen vertreten. Und das ist dann nach Berufsgruppen etc. durchaus aufgeteilt. Also ich sage mal, eine Sozialwissenschaftlerin wie ich wird nicht von der Pharmaindustrie jetzt große Sachen, also nur um mal ein plakatives Beispiel zu nehmen, die werden mir jetzt nicht große Sachen vermutlich anbieten. Was sind denn betragsmäßig so die größten Posten, die im Wahlkampf anfallen? Tja, die größten Posten sind sicherlich diese ganzen Plakate. Aufstellen tun wir tatsächlich immer selbst, aber auch das lassen ja einige machen. Also es kostet dann auch richtig Geld, muss man sagen. Die Großplakate natürlich kosten viel Geld. Diese Mailings, von denen ich eben sprach, weil im Grunde gehört das ja immer mal dazu, dass man auch einen Brief in seinem Briefkasten hat, mit natürlich einer Wahlempfehlung jeweils dann für sich. Aber das sind inzwischen, also das kostet ja mehrere tausend Euro für ein Mailing und das ist schwer geworden. Also da wird jetzt auch ein bisschen umgeschichtet. Man versucht natürlich mehr über E-Mails etc. dann zu schaffen. Das ist für mich noch ein neues Feld, aber wir gucken eben, dass wir doch mehr über diese elektronischen Wege auch mal gehen, um eben auch ein bisschen Geld einzusparen und mehr Haushalte zu erreichen. Also auch am Briefkasten steht ihr da ein oder andere und schmeißt es dann gleich in den vorhandenen Eimer dort. Das kann ich natürlich auch nicht überprüfen, wer es dann wirklich angeguckt hat. Für den Bundestagswahlkampf 2017 haben die Parteien insgesamt so viel Geld wie noch nie zuvor für den Online-Auftritt, also den Wahlkampf im Netz, ausgegeben. Welchen Stellenwert spielen denn die sozialen Medien bei Ihnen im Wahlkampf? Also bei mir spielen sie eine sehr wichtige Rolle, wobei ich eben, wie gesagt, noch nicht weiß, ob ich tatsächlich die Menschen in meinem Wahlkreis damit erreiche. Ich habe jetzt immer wieder dafür Werbung im Wahlkreis gemacht und wenn ich feststelle, dass immer mehr, sagen wir mal, meinen politischen Klönschnack am Samstagnachmittag gucken und ich manchmal ja auch sehen kann, ah, es sind tatsächlich Leute aus dem Wahlkreis oder sie schreiben es auch mal dazu, dann merke ich, dass diese Kombination auch mal funktionieren kann. Aber irgendwie habe ich da mit Facebook immer noch ein Problem. Da erscheint es immer noch, ich würde inzwischen mehr Geld ausgegeben haben, wenn es dann mal funktionieren würde. Ich hoffe ja auf passgenaue Dinge. Also ich hoffe immer noch und da sitzen ja auch einige kluge junge Leute dran, noch mal zu gucken, wie können wir passgenauer es wirklich dann auch im Wahlkreis an die Menschen bringen. Oder wenn es jetzt hamburgweit wäre, wäre ja auch schön. Seit Sie 2009 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind, sind die sozialen Netzwerke ja immer wichtiger und immer größer geworden. Hat sich Ihr Wahlkampf dadurch auch ein Stück weit verändert, weil Sie zum Beispiel unabhängiger geworden sind und ja einfach nochmal einen Tweet oder auch einen Facebook-Post absetzen können? Ja, ich finde schon, dass es einen ein Stück weit natürlich unabhängiger macht, weil man nicht nur davon abhängig ist, was andere Medien über einen berichten. Und gerade ich habe da wirklich ja viel Böses auch erlebt. Also dass da immer so einzelne Sätze rausgerissen werden und irgendwie falsch, also aus meiner Sicht falsch dargestellt werden. Also betreuen Sie Ihre Social-Media-Kanäle tatsächlich auch alle selbst? Ja, nicht alleine. Also natürlich hilft mir mein Büro überhaupt diese auch mal Kacheln, die wir machen, zu erstellen oder die haben dann auch tolle Ideen, was man machen könnte. Aber posten tue ich meistens selbst, so Twitter oder Instagram oder so, das mache ich alleine. Und ich habe meiner Tochter versprochen, dass ich nicht auf TikTok gehe, obwohl ich das mir gerne angucke, das muss ich schon sagen. Also das finde ich schon ganz spannend. Aber ja, es ist halt so eine Sache, ab wann wird es peinlich? Muss man ja auch dann ehrlich eingestehen. Da hat Ihre Tochter für Sie entschieden. Erstmal ja. Wahlkämpfe sind aufwendig und sie fressen Zeit. Hausbesuche, Telefonaktionen, Infostände auf dem Marktplatz, die Anbringung von Plakaten, die Organisation von Veranstaltungen, die To-Do-Liste der PolitikerInnen ist endlos lang. Und dann kommen ja auch noch Instagram, Twitter und Facebook dazu. Wer die sozialen Medien im Wahlkampf ernst nimmt und versucht, die NutzerInnen in dem Politikalltag mitzunehmen, der kann eine Menge Zeit und Mittel darauf verwenden. Das haben die Parteien auch spätestens bei der Bundestagswahl 2017 für sich entdeckt. Nie zuvor haben sie so viel Geld für ihren Online-Auftritt ausgegeben. Bei den Grünen ging 2017 fast die Hälfte ihres Budgets fürs Online-Marketing drauf. Und das waren immerhin gut eine Million Euro. Bei den Linken waren es 650.000 Euro. Die anderen Parteien wollten sich dazu allerdings nicht äußern. Der Politikberater Martin Fuchs hat mal gesagt, jede Kampagne, egal wie gut sie wirkt, egal wie authentisch sie wirkt, ist inszeniert. Wie viel von Ihnen persönlich steckt denn noch in Ihrer Kampagne? Viel. Ich finde schon, natürlich ist es eine Inszenierung. Also man nimmt ein schönes Bild und natürlich sieht man nicht immer schön aus oder so. Ich würde jetzt nicht irgendein Bild nehmen, wo ich finde, da sehe ich gerade total blöd aus. Also ein Stück Inszenierung ist es. Aber es ist ja auch das Transportieren von ganz vielen Inhalten, für die man steht. Und ich finde schon, dass man dadurch ja auch nochmal zeigen kann, ja, also was kauft ihr denn da? Nicht so mit mir, mit meiner Person oder wem vertraut ihr da auch eure Stimme dann ja an? Das finde ich also an der Stelle gar nicht so negativ mit dem Inszenieren. Ich glaube, das ist jedem bewusst. Gerade den Jüngeren, die ja auch, glaube ich, jedes Bild nochmal nachbearbeiten. Das mache ich zum Beispiel nicht so. Ich poste auch einfach mal die Dinge, wie sie gerade sind. Aber da finde ich eher den Nutzen und die Chance größer, als jetzt zu sagen, das ist ja irgendwie inszeniert. Ich meine, das ist ja im Grunde immer, wenn man ein Bild macht oder irgendwas von sich, ein Zitat von sich freigibt, auch für Medien, ist es ja auch ein Stück inszeniert. Natürlich überlegt man, was man jetzt genau dann verbreitet, aber ich finde, das sollte man auch tun. Was ist denn überhaupt das Entscheidende im Wahlkampf? Also mein Eindruck nach all den Jahren ist gar nicht mal so sehr, dass ich jetzt irgendwie so ein Programm runterbete oder so. Da hören nach fünf Sätzen die Leute auch nicht mehr unbedingt zu. Also ich glaube, dass die Person an sich für viele wichtig ist und das geht im Moment verloren. Das kriegt man über Social Media so nicht ganz rüber, finde ich. Da ist vielleicht diese Inszenierung dann auch ein Stück ja drin. Aber dieses einfach dastehen, mit den Leuten reden, einen Kaffee trinken, anbieten, über etwas diskutieren, was auch immer. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, schon, dass die Menschen die Person kennen und dass sie ihr vertrauen. Also dass sie schon sagen können, ich glaube, dass die sich für mich einsetzen wird. Oder ich glaube, dass die auch für unseren Wahlkreis wirklich was erreichen möchte. Also ein Beispiel nur auch nochmal positiv kommt immer an. Jetzt beispielsweise ist es mir gelungen, für verschiedene Sportvereine nochmal Geld zu bekommen, die es wirklich brauchten. Ich meine, jetzt brauchen es sowieso alle, muss man sagen, aber die es auch ansonsten brauchten. Oder für bestimmte Kulturprojekte. Und da freuen sich schon alle. Das merkt man durchaus. Aber generell kann so ein persönliches Gespräch keine Insta-Story ersetzen? Ich glaube nicht. Also ich glaube tatsächlich nicht. Vielleicht für einige schon. Also vielleicht sagen ja auch einige, Gott, bevor ich die jetzt auch noch treffen muss. Das mag so sein. Aber mein Eindruck ist, also ich fahre ja zum Beispiel normalerweise auch mit wahnsinnig vielen Leuten immer wieder nach Berlin oder begrüße sie hier. Dann kommen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit denen nach Berlin mit so Bussen. Das können wir. Hamburg, Berlin geht. Dass man das sehr regelmäßig ja machen kann, alle paar Wochen, samstags immer. Jetzt geht es natürlich gerade nicht. Aber das macht etwas aus, weil die Leute sprechen einen sogar im Supermarkt an und sagen, ich war mit Ihnen in Berlin, wissen Sie nicht mehr. Und ich muss manchmal zugeben, ich erinnere das dann nicht immer natürlich. Aber diese persönliche Begegnung ist wichtig. Und ich versuche sie eigentlich auf allen möglichen Wegen zu ermöglichen. Das ist gerade halt etwas, was wegfällt. Und das ist ein echter Verlust. Kann man den Wahlkampf eigentlich in verschiedene Phasen einteilen? Ja, es gibt so eine Vorwahlkampf. Also im Moment ist es ja eher so, ich mache beispielsweise nicht nur im Wahlkampfjahr meine ganzen Veranstaltungen. Ich mache sie immer all die Jahre durch. Also ich plakatiere, das dürfen wir in Hamburg. In anderen Bundesländern darf man das nicht, muss man dazu sagen. Ich plakatiere immer regelmäßig meine Veranstaltungen, mache immer so drei, vier nacheinander. Lade halt Leute ein oder mache meine politischen Frühstücke sehr regelmäßig normalerweise. Inzwischen versuchen wir halt diese Digitalgespräche öfter zu machen. Also ich mache das eigentlich die ganze Zeit durch. Von daher ist das jetzt im Moment eher, ich berichte von meiner Arbeit. Das ist dann die normale Arbeitsphase, wenn man so will. Ja, dann kommt, jetzt geht es ja doch los, denke ich mal. Dass auch, wenn alle aufgestellt sind, wenn die Listen feststehen, wer wo kandidiert, nach den Parteitagen dann ja auch meistens, geht es ja schon so los, nicht? In die Frühwahlkampfphase. Dann werden vielleicht nochmal andere Plakate aufgestellt und bestimmte Projekte gemeinsam gemacht. Auch mit den anderen aus dem gleichen Bundesland sozusagen, aus Hamburg jetzt zum Beispiel. Und dann kommt natürlich, also dann kommt die Briefwahlkampagne, weil die Briefwahlen natürlich auch zunehmen an Bedeutung. Und dann kommt der Endspurt, wenn man so will. Es gibt schon so diese Phasen, klar. Haben Sie denn einen oder eine Wahlkampfberaterin? Nee, das habe ich da sehr, also wir beraten uns selbst, wenn man so will. Aber wir schauen uns ganz viele Dinge an und das Willy-Brandt-Haus jetzt in unserem Fall gibt uns auch viele Möglichkeiten, mal hier und da reinzuhören. Also es gibt dann immer mal einen Nachmittag, wo man sich für Kampagnen durchaus Rat holen kann oder wo einem mal was vorgestellt wird. Auch im Social-Media-Bereich zum Beispiel, der ja dann doch noch, wo es ja jetzt neue Möglichkeiten gibt, die man vielleicht nicht kennt. Also wir bekommen immer mal Angebote, hier und da auch reinzuhören. Aber so eine richtige Beraterin oder einen Berater haben wir nicht. Das könnten wir uns, glaube ich, gar nicht leisten. Wie viel inhaltliche Unterstützung bekommen Sie denn von Ihrer Partei, Ihrem lokalen Verband oder auch der Fraktion zur Verfügung gestellt? Das ist viel. Also das ist schon klar. Das ist ja das, was wir jetzt erarbeiten, die ganze Zeit miteinander. Das ist dann für die, die vielleicht auch schon da sind, immer einfacher, weil man dann immer auch erzählen kann, was ja die ganze Zeit passiert ist. Und einfach auch nochmal so eine Entwicklung darstellen kann. Das ist manchmal nicht unwichtig, auch für die Menschen, das zu verstehen, was man nun gerade tut. Oder was man vielleicht noch nicht geschafft hat, weil es der Koalitionspartner nicht will oder wie auch immer. Und gleichzeitig bekommen wir vom Willy-Brandt-Haus ja auch immer wieder mal diese Kacheln, also die wir jetzt auch für unsere Arbeit bekommen. Aber wo das Parteiprogramm, was man ja dann selber erstellt, also da sind wir ja gerade dran, dann auch nochmal in kleine Botschaften runtergebrochen wird. Weil, wie gesagt, die Erfahrung ist schon, niemand liest sich so ein Ding von vorne bis hinten durch. Wir haben es jetzt gewagt, mal ein kurzes Programm zu machen. Also nicht so furchtbar lang, sondern wirklich ein kompaktes Programm. Wie lange ist das denn? Ja, so knapp 50 Seiten. Ui, doch noch. Ja, aber ich meine, wenn man überlegt, andere haben hunderte Seiten oder wir hatten auch sonst immer 150 und so. Und wir haben gesagt, nee, jetzt brechen wir es mal runter. Gibt es denn ein Patentrezept dafür, wie Wahlkampf funktioniert? Gibt es so klassische Vorgehensweisen, die man vielleicht als Junge oder junge Politikerin am Anfang so mit auf den Weg bekommt? Also eine Sache, die ich am Anfang selber schon hatte und die ich jedem eigentlich immer sagen würde, ist Teamwork. Ist ganz wichtig. Ich persönlich glaube, wenn man immer nur alleine losgeht und immer nur alleine versucht, irgendwie durchzukommen, klar kann man auch glaubwürdig sein und so, aber die Schlagkraft als Team ist immer größer. Also ich bin beispielsweise in meinem Wahlkreis ganz oft mit unserem Finanzsenator, also das ist woanders der Finanzminister, unterwegs oder man macht etwas mit den anderen Senatorinnen, Senatoren zu verschiedenen Themen. Wir machen beispielsweise nie Veranstaltungen, wo ich alleine bin, sondern ich lade immer die Leute aus der Bürgerschaft mit ein zu dem jeweiligen Thema oder aus dem Bezirk, also die verschiedenen politischen Ebenen, weil es oft auch doof rüberkommt, wenn man sagen muss, wissen Sie, das ist jetzt gar nichts, womit wir uns im Bundestag befassen. Es ist aber etwas, was die Leute gerade umtreibt. Und das ist denen auch egal, ob ich das jetzt im Bundestag mache oder der andere in der Bürgerschaft. Ist es denn insgesamt schwieriger geworden, Menschen zu erreichen und vielleicht auch für Politik zu begeistern? Ja, also was mir jetzt vielleicht in diesem Jahr besonders auffällt ist, da wir ja immer wieder in diese Briefkasten rangehen, wie viele Leute drauf haben, keine Werbung. Nur so. Ich überlege schon immer und tue dann auch, ich meine meine Flyer sind ja nicht in dem Sinne jetzt kommerzielle Werbung, sondern es ist ein Angebot für politische Veranstaltungen. Ich habe mal Weihnachtskarten, das habe ich aber all die Jahre gemacht, Weihnachtskarten verteilt, da muss wohl irgendeiner meine Weihnachtskarte in so einen Briefkasten dann auch geworfen haben. Ich meine, da gibt es so viele, die sich bedanken, das muss man dazu sagen. Aber es hat allen Ernstes, einer sich damals, er würde mich jetzt anzeigen und so, weil ich ihm diese Weihnachtskarte in, er hätte doch keine Werbung drauf stehen. So, ich achte da wirklich drauf, aber es passiert eben wohl auch mal. Es haben aber ganz viele Menschen inzwischen dieses. Das heißt, sie wollen nicht, dass ich ihnen was in Briefkasten werfe. Sie kommen vielleicht auch gar nicht zu politischen Veranstaltungen. Vielleicht interessieren sie sich auch nicht so richtig für Politik. Es ist zwar alles legitim, aber wie soll eigentlich Demokratie funktionieren? Wie soll ich denn auch mal zeigen können, was ich so tue? Also die Wege sind mitunter ziemlich schwierig geworden. Also es gibt natürlich viele Interessierte, Gott sei Dank. Das ist gut so. Die machen sich, also einige bilden sich auch sehr genau ihre Meinung. Die darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Ganz wichtige Säule unserer Gesellschaft. Aber an die anderen appelliere ich doch mal, uns vielleicht mal zu sagen, wie wir eigentlich mit ihnen irgendwie in Kontakt kommen können. Also nicht immer nur alles wegzuschieben, sondern es ernst zu nehmen. Also wenn ich immer schimpfe und sage, die Welt ist doof, dann muss ich auch irgendeinen Weg zeigen, wie andere sie dann besser machen können. Also was kann ich tun als Politikerin, um vielleicht auch mal diese Sachen ernst nehmen und verändern zu können? Im Wahlkampf wird ja auch so ziemlich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt und jeder Filtritt aufgebauscht. Dabei spricht man dann vom sogenannten Negativ-Campaigning. Mussten Sie sich da über die Jahre ein dickes Feld zulegen? Also es gibt natürlich auch diese Dinge, wo einem einfach alles im Mund umgedreht wird. Also auch von normalen Medien. Das ist schon mitunter auch frustrierend, muss man sagen. Also das gibt es natürlich. Und noch schlimmer ist es ja, dass man es heutzutage so wahnsinnig schnell verbreiten kann. So schnell kann ja niemand gucken, wie das dann verbreitet wird. Dagegen anzugehen, ist fast unmöglich. Wo ich ein dickes Feld auch eindeutig habe, ist, wenn Leute mich beschimpfen im Netz. Und das, weil ich dann doch auch gemerkt habe, also vor der Pandemie, dass es einen wahnsinnigen Unterschied macht, ob ich etwas in sozialen Netzwerken diskutiere oder ob ich es in einem Raum diskutiere. Also natürlich gibt es im Raum auch Leute, die kritisch sind. Das soll man ja nicht immer nur so tun, als kämen da nur Leute hin, die einem zustimmen. So ist es ja überhaupt nicht. Aber man benimmt sich miteinander. Es gibt so einen gewissen Anstand. Also ich kann ja Dinge kritisieren, ohne gleich jedes vulgäre Wort dazu zu schreiben, was den Leuten in sozialen Netzwerken deutlich leichter fällt. Und einige legen es ja auch nur drauf an. Und das ist, also die klicke ich inzwischen entweder komplett weg. Wenn Leute es wiederholt machen, mich nur zu beschimpfen, blockiere ich sie auch. Also dann ist ja keine Diskussion mehr möglich. Zwar sind Wahlen nicht die einzige Möglichkeit, sich politisch zu beteiligen, wohl aber die einfachste. Um bei Wahlen eine gute Entscheidung treffen zu können, hilft es natürlich, die Nachrichten zu verfolgen und vielleicht auch mal einen Blick in die Programme der Parteien zu werfen. Wer allerdings unschlüssig ist, kann auch einfach das Wahlportal von Abgeordnetenwatch.de besuchen und unseren Kandidierendencheck ausprobieren. Wie beim Wahlomat gibt es da verschiedene Thesen, denen ihr zustimmen könnt oder auch nicht. Ihr gebt am Anfang einfach eure Postleitzahl an und dann spuckt euch der Kandidierendencheck auf Basis eurer Antworten am Ende eine prozentuale Übereinstimmung mit euren Direktkandidierenden aus. So wisst ihr ganz genau, mit welchen WahlbewerberInnen ihr die meisten Positionen teilt. Und wenn ihr immer noch unsicher seid oder Fragen an eure Abgeordneten habt, könnt ihr die einfach über unser Portal an diese stellen. Ich verlinke euch beides in den Shownotes. Glauben Sie, dass sich Corona negativ auf die Bundestagswahl auswirken wird, einfach weil die Leute gar nicht erst wählen gehen? Oder kehrt sich der Trend eher um, weil Sie merken, Corona, Klimakrise, das geht uns alle an? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man nach Rheinland-Pfalz zum Beispiel guckt, habe ich das Gefühl, es hat nicht die Leute abgeschreckt, zur Wahl zu gehen. Also war ja offensichtlich, sie haben sich sehr interessiert. Sie haben dann halt andere Wege gewählt, sind nicht mehr ganz so oft ins Wahllokal gegangen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja erstmal ein gutes Zeichen gewesen. Da gehen wirklich viele, also nehmen das viele ernst, dass die Wahl wichtig ist. Und das hoffe ich eigentlich auch für die Bundestagswahl. Ich habe schon den Eindruck, also zumindest von dem, was ich jetzt noch so zu hören bekomme oder zu lesen bekomme, dass sich sehr viele Sorgen machen um diese Spaltung in der Gesellschaft, um die Aggressivität teilweise, aber auch um die Ängste. Wie gehen Sie denn eigentlich mit GegnerInnen um? Haben Sie da ein bestimmtes Konzept? Das kommt ja immer auf die jeweilige Person an. Also ich habe mir vorgenommen und bisher hat das in meinem politischen Leben immer gut funktioniert, sehr respektvoll, sehr ordentlich miteinander umzugehen. Den habe ich auch von der anderen Seite immer so erfahren. Also bis auf die AfD, muss ich sagen. Da habe ich durchaus ganz andere Dinge auch erfahren. Aber mit allen anderen war das immer wirklich ein gutes Miteinander, ein echter Streit. Also wenn man dann auch auf Podien sitzt, klar, will ja jeder auch so ein bisschen seine Position herausarbeiten. Aber es war immer sehr anständig. Und das würde ich eigentlich gern auch so weitermachen. Also bin ich nie von abgewichen und habe auch Gott sei Dank, wie gesagt, bis auf die AfD da nie was Negatives erfahren müssen. Gibt es Momente im Wahlkampf, in denen Sie sich darüber ärgern, dass zum Beispiel einer Ihrer MitbewerberInnen eine richtig gute Idee hat oder umgekehrt, dass Sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, oh, das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht? Nee, das glaube ich, habe ich tatsächlich beides noch nicht. Also natürlich guckt man immer mal, was machen die anderen. Aber das macht man ja die ganze Zeit. Also das macht man ja auch, während man Abgeordnete ist. Ich finde das immer wieder toll zu gucken, was haben andere für Ideen? Was passt zu mir? Also was könnte ich übernehmen oder nicht? Aber ja, ich muss sagen, ich habe einfach schon ein sehr innovatives, tolles Team. Da sind schon, also wir haben eben einfach das große Glück, wir haben ein großes Team von jungen Leuten. Wir haben aber auch ein großes Team von Älteren. Und ich sage mal zum Beispiel am Infostand, in der Vergangenheit war das sehr, sehr toll. Weil die einen haben sich immer lustige neue Kampagnen ausgedacht oder irgendwelche witzigen Dinge. Die anderen, also gerade die Älteren, waren dann schon auch für sehr intensive Gespräche oder wenn Leute eben auch wirklich Dinge mal länger diskutieren wollten, immer wieder einfach nur, ja, Gold wert. Nicht so, weil die hatten auch Lust, dann sich mit einer Person länger zu beschäftigen oder länger zu reden. Und das macht es so aus. Das ist das, was ich auch mit Team meine. Also wenn jeder so ein bisschen kreativ ist für sich oder seine Kompetenzen einbringt, also dann kann man auch ganz viel erreichen und man bekommt ja auch ganz viele Anregungen. Also dann sagen die Leute einem meistens freundlich, manchmal auch ein bisschen direkter, so das und das habt ihr aber gar nicht gut gemacht. Und dann gibt es ja auch den einen oder anderen bei uns, das finde ich übrigens auch. Und dann gibt es wieder die Diskussion, also so eine Partei ist ja etwas Lebendiges. Gibt es Dinge während des Wahlkampfes oder auch kurz vor der Wahl, die ihnen Bauchschmerzen bereiten? Jetzt in diesem Jahr natürlich die Pandemie, natürlich das, was sie auch mit uns Menschen macht, die Sorgen und Ängste. Ich bekomme jetzt im Moment ganz viele Mails zum Beispiel, dass wir den Föderalismus abschaffen würden, was überhaupt nicht der Fall ist, so mit diesem Gesetz. Und ich habe jetzt einigen auch geschrieben, schaut mal in Hamburg haben wir die ganze Zeit viel härtere Gesetze. Damit meinen Sie das Infektionsschutzgesetz? Genau. Und dann kann man sagen, wir haben viel härtere Gesetze, es gelingt uns sogar da bessere Zahlen jetzt zu bekommen. Und dann merkt man, ach so, ja okay, dann ist man wieder beruhigt. Aber es verändert uns ja alle ein Stück. Und ich hoffe nur, dass eben das Vertrauen in Politik insgesamt nicht zu sehr verloren geht. Also dass das schon auch ein gewisses Vertrauen wirklich da ist oder vielleicht sogar von uns noch ein bisschen stärker aufgebaut werden kann. Wir kümmern uns wirklich. Wir sind hier nicht irgendwie in einer privilegierten Position. Wir sind selber Eltern häufig und haben das Problem mit Schulen. Wir haben selber Eltern, um die wir uns kümmern und mit der Pflege oder für Menschen mit Behinderung, die im Haushalt leben. Also das kennen wir alle auch und arbeiten wirklich daran, dass wir eben gut durch diese Zeiten durchkommen. Leider nehmen wir die Folge ja schon ein ganzes Stück vor der Wahl auf. Aber vielleicht können Sie ja einmal sagen, wie es bei der letzten Bundestagswahl in 2017 war. Was ist das für ein Gefühl, wenn man die Wahl dann gewonnen hat und Erleichterung verspürt? Also es ist eine große Freude natürlich, also dass man gewählt wurde. Es ist ja auch ein Stück Erleichterung darüber. Es ist ja auch immer eine harte Zeit, muss man sagen. Da ist man ja wirklich von morgens bis spätabends immer unterwegs und so. Von daher ist es natürlich auch schön. Und ich kenne da niemanden, der nicht sagen würde, so jetzt könnte ich eigentlich mal 24 Stunden schlafen oder so danach. Klar, wenn man sie gewonnen hat, natürlich ist das toll. Also darauf hat man ja hingearbeitet, nicht? So, das möchte man. Und man hat dann wieder einen neuen Auftrag bekommen. Man hat ein gewisses Vertrauen bekommen. Und mitunter hat man ja auch schon wieder Ideen im Kopf, was für den Wahlkreis wieder wichtig sein könnte oder an welcher Stelle auch der Bund dann wieder etwas machen könnte, ob es nun finanziell ist oder inhaltlich. Ja, das beflügelt durchaus auch, ja. Dann danke ich Ihnen für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Wahlkampf, ihr habt es aus dem Gespräch mit Eidon Özuz vielleicht schon rausgehört, ist, wie so vieles in der Politik, vielschichtig und gar nicht so leicht zu durchdringen. Die Bundestagswahl ist nur noch zwei Wochen entfernt. Natürlich müssen sich PolitikerInnen im Wahlkampf von ihrer besten Seite zeigen. Aber das heißt nicht, dass wir von Abgeordnetenwatch.de nicht kritisch hinschauen. Wir gehen Ungereimtheiten nach und machen unsere Recherchen dazu öffentlich. Aber wir wollen auch, dass sich etwas ändert. Darum erarbeiten wir Lösungsvorschläge und machen diese mit Petitionen und Kampagnen bekannt. Wie zum Beispiel mit der Aktion Gläserne Gesetze, dank der die Entstehung von Gesetzen jetzt für eine breite Öffentlichkeit transparenter ist. Wir würden uns also freuen, wenn ihr unsere Arbeit bei Instagram, Twitter, Facebook oder Abgeordnetenwatch.de verfolgt. Die Seiten verlinke ich euch in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Miniserie angelangt. Ich hoffe, der Blick hinter die Kulissen der Politik hat euch gefallen. Und ihr versteht jetzt ein bisschen besser, wie der politische Alltag so aussieht. Schön, dass ihr dabei wart. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli Produktion Pool Artists VIP-Kon taped